Guten Morgen! Wir haben den fünften Dezember und wir dürfen das nächste Türchen öffnen. 1, 2, 3, 4 war von Farbenschock, Flammenfinsternis, Klösch der Rebellen und ein Schild und Schwert. Mal gucken, womit es heute weitergeht. Wieder von oben nach unten, von unten nach oben und Klösch der Rebellen. Tada! Klösch der Rebellen, aber letztens hätte er die Motte gezogen. So, dann brauchen wir hier aber noch ein Schwert und Schild, noch ein Flammenfinsternis und ein Farbenschock. Der ist für euch. Machen wir doch mal mit. Anseonsnet, Plauragai, Akub, Natu, Unratutox, Drosselkur, Anidozelkur, Iguana, Walter Bay, Magma and Rivers und Monte Carlo Hollow. Na ja. Na ja. Na ja. Machen wir weiter mit. Schild. Schild und Schild. Schild und Schild. Schild. Ach. Schild. 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 Pokémon-Centadam und ein Kaleon-Pau. Schön! Wenigstens eine V. Oh, ha, 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 ha. Guck mal, hier habt ihr noch einen. Flammenfensternis. Autofrind. Ich habe mir noch ein paar besorgt. Guck mal ein anderes Video. War ein sehr schöner Pull, wenn man das so sagen darf. Eins, zwei, drei, vier. Was? Wenuf Liebes. Großer Parasol. Ness. Tauros. Micro. Pantymos. Fritzlblitz. Kopuno. Micro in Reverse. Und... SmetBow VMAX Rainbow. Ja! Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Und wieder. Ey. Machen wir mal. Dann noch die Wasser, endlich. So, jetzt mal kurz gucken. Machen wir es, machen wir es. SmetBow VMAX Rainbow. Die 190. Und wieder eine Karte, die wir streichen können. Ha! So gesagt, Peckluck. Juhu. Hammer. Den sind wir schon. Dafür gibt es den hier. Und den hier. Bitteschön. So. Letzter. Farbenschock. Kinder. Pfeffer. 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 Jetzt mal kurz gucken. Bitteschön. Gern. Gern. Energy. Waschenergie. Blahnath. Blanas, Die Karte, Kate, Schwalvini, Hornio, Wetsav, Pampoli, Bobbeck, Voltula in Reverse, Was ist das? Nein, das ist kein Real-SWare. Und ein Niniask. Aber heute wieder eine Karte mehr, die ich von der Liste streichen kann. Schöne Karte. Ah, das blendet alles ein bisschen hier. Was dreht hier oben, interessiert mir sowieso nicht. Schön. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen.